Hey Jussi! Hallo Kleiner! Was ist denn los bei euch? Wieso seid ihr nicht mehr Tabellenführer? Weil ihr leider jetzt da vorne seid. Werden wir euch wieder wegnehmen. Ich freue mich auf Sonntag. Schauen wir mal, was passiert. Wie findest du, dass der Verein sich entwickelt hat? Der Verein hat sich natürlich super entwickelt. Ihr seid in die Bundesliga aufgestiegen, wart dann im ersten Jahr direkt sehr stark, kurz vor der Herbstmeisterschaft. Wir haben euch zum Glück gerade noch so weggenommen. Habt euch jetzt, glaube ich, zum zweiten oder dritten Mal für die Champions League qualifiziert. Ich gönne euch alles ab Platz 2. Direkt richtig. Believe in yourself. Hast du auch ein Hashtag für das Spiel am Sonntag? Hashtag gewinnen und Hashtag Tabellenführung ausbauen. Ja. Ich glaube, da hättest du auf etwas besser kommen können. Wir sehen uns am Sonntag.